Hallo, Hallöchen! Ja, ich bin etwas spät. Musste doch dauernd dem blöden Bussard ausweichen. Mach zu und kümmere dich endlich um die Ausbildung deiner Kinder. So, Kinder, habt ihr euer Lied gelernt? Ja? Na gut, lasst mal hören. Weg da! Immer beim Singen musst du aufs Klo. Sing, es bleibt liegen. Oh je, das muss deutlich besser werden. Was